okay das passt so hier wäre der boss mal kurz die gehirne töten so da ist auch mein nagel wieder fertig das heißt irgendwo hier auf der ebene müsste noch ein shop rumgammeln und den würde ich gerne besuchen in der hoffnung nicht wieder ein grid oder so bezug bekommen aber das ist das da hat man endlich mal da hat man endlich mal ein paar münzen und den skeleton key und dann kann man in den shop gehen und es ist super grid drin das ist so so ja das ist halt eisek mal kurz ein bisschen konzentrieren mal so was hätten wir denn hier ist ein magic an die werde ich mir später mitnehmen so dann gleich mal die tour of diamonds benutzen die leute ist uninteressant das heißt ich nehme mal das seelenherz und eine bombe mit schade drum ja ich glaube aber auch nicht dass wir jetzt in diesem run die nonnenmütze noch mal bekommen also das wäre dann schon ein bisschen zu übertrieben wenn ich die jetzt wieder bekommen würde aber naja mal gucken was der run noch so bringt an items ist jetzt auch nicht relativ viel hier mit zwei herzcontainern rum zu gammeln weil ich natürlich wieder hier schon zwei deals mit dem satan machen musste das heißt wir kriegen little gisch auch ein glück dass ich hier nicht gesloten wird von der scheiße auf dem boden aber der damage ist nicht mal schlecht der match geht einigermaßen es könnte zwar noch besser sein aber ich möchte mich da jetzt nicht beklagen wir hatten schon andere runs wo weniger der match hat man so einmal die drücke mitnehmen und ab in die nächste ebene mitgenommen habe ich ja hier glaube ich alles und hier wäre es jetzt mal so an der zeit keinen schaden zu nehmen aber ich weiß nicht wie sich das bewerkstelligen lässt dann nach oben bombe und noch eine bombe so ein raum noch dann ist auch mein nagel wieder fertig okay so nicht aber wir hätten hier den shop gleich mal aufmachen und der normale tweet ja das soll jetzt nicht so tragisch sein ich hoffe mal ich überstehen ohne der match dankeschön noch mehr geld ich darf einfach nicht im shop einkaufen dann soll wenigstens hier auf der ebene bitte ein bettler kommen das würde mich jetzt freuen so gleich mal nach links seelenherz nagel so ihr schießt jetzt nicht mehr dankeschön noch mehr geld erst mal hier die kaputt machen komm schon das brauchen wir nicht was hätten wir hier noch den item raum wenn es geht mal hier ein bisschen konzentrieren und keinen schaden nehmen das heißt ich darf auch eigentlich die blutbank nicht benutze magneto da ist eigentlich eigentlich völlig unnütz da wir fliegen können aber was soll es so kommen wir schauen mal rein ich werde jetzt mal noch den rest der ebene machen aber moment mal wir brauchen hier in den tiefen eins und zwei no damage das heißt das ist ja im prinzip eh schon gegessen so kommen wir hier ach den hatten wir auch noch so ist schön wenn du da drin hängst so jetzt aber bombe bombe dad's key wieso kriege ich hier in diesem run so viele space items es ist nicht schön es ist echt nicht schön einmal hier hoch ja da war der treffer das heißt ich kann noch ein bisschen die blutbank ärgern so da ist auch der nagel fertig nee hier nützt er mir nichts ja ich nehme ihn weil es wieder eine aufladung für den für den nagel ist aber tour of hearts die nehme ich mir doch glatt lieber mit oh ein boss battle raum okay ich geh spenden ich geh spenden lass mich auf ein herz runter spenden aber erstmal hier noch den rest erkunden jetzt habe ich so viele räume ohne der mensch geschafft und und jetzt ist es wieder wo ich mir denke oh der devil jetzt ist es wieder so da wo ich mir einfach denke was machst du hier so einmal in den arcade ein herz spenden und dann in den boss battle raum der weg war so weit nein ich möchte dieses herz im moment gerade nicht haben komm mal her ich probiere es mal was wir geld kriegen es ist einfach nicht normal ach ja aber ich hätte gern das ganze zuerst so komm gib mir mal ein hp upgrade sei kein frosch jetzt hänge ich hier schon wieder in einem arcade rum aber ich klammer mich im moment so ein bisschen an das hp upgrade dankeschön oh ach komm blöder automat und jetzt kommt wieder das andere back äh äh ja sehr schön dankeschön yeah so mehr will ich hier drin auch gar nicht machen doch ach scheiße wisst ihr was mir gerade eingefallen ist ich wollte mich doch eigentlich auf ein herz runter spenden für den boss battle raum kriege ich von dir vielleicht noch eine karte mit temperance ach ärgerlich ich hätte das ich hätte das hp bag liegen lassen sollen ja ne pille heils down ne boys of steel sauber wow okay nun reicht es aber okay dann können wir eben den boss battle raum nicht mitnehmen leider ist jetzt auch ein bisschen ärgerlich aber was was will man da machen man kann nichts machen so hier nach unten das problem ist es kommt jetzt morgen ich nehme mir ich nehme mir ich nehme mir die two of hearts mit der match haben wir normal genug dabei und ich werde jetzt auch mal wieder meine lame taktik ausprobieren und zwar die hier äh aber ich weiß nicht ob die so ganz hier funktioniert au aber könnte vielleicht doch noch gehen warum treffe ich die fliege nicht zum katzen so das polaroid mitgenommen noch mehr kohle was auch sonst ich kriege ja schon wieder nichts anderes wie geld so das heißt das war es jetzt auch mit itemräumen schade ich ich hasse sie ich hasse sie einfach so komm her jetzt geh sterben möchtest du wohl nicht sterben was es lohnt nicht es lohnt nicht es lohnt nicht ich brauche das polaroid ich brauche es und es ist auch schon ein bisschen zu spät dafür ja in der ersten ebene hätte ich es mitgenommen oder in der zweiten aber hier eine blutbank ist okay da hätten wir unser weißes herz ich möchte doch nicht spenden so was hätten wir hier drin den kompass ach komm wir haben die map aber wenn es geht bitte hier nicht treffen lassen ich sag es noch ich sag es noch ich sag es noch gisch slow einmal genau so so ist brav gisch so dann noch kurz zwei monstros töten wir haben ja sonst nichts zu tun wow ja so ist es gut schön neben einander bleiben wow komm geht sterben auf aber der kompass war es mir wert so dann weiß ich jetzt zumindest auch schon mal wo der boss ist und da werde ich auch gleich mal hingehen was hast du denn vielleicht ein seelenherz hier ne oh wow die dinger sind so extrem schnell es ist wahnsinn oh das ist ein farbiger Knubbel ich sehe es jetzt erst so ab zum boss ach Skollex ja dich hatten wir auch schon ne Weile nicht mehr äh man müsste ihn aber auch treffen das wärs wenn man ihn auch noch treffen würde und schade dass mein Nagel hier nicht fertig ist jetzt au ich kann die dinger absolut nicht einschätzen absolut nicht aaaah man sieht auch wirklich sehr gut die Flugbahn muss ich sagen wenn der hier irgendwo in der ecke steht oder so das ist echt echt gut oh und ich treff ihn nicht jetzt ein bisschen oh komm stirb so äh noch mehr tier und was hätten wir denn hier ich möchte aber meine tier diesmal nicht für brimstone aufgeben und nicht bei unserer herzzahl denn wir haben jetzt vier herzcontainer und die werde ich denke ich auch dringend brauche ich hätte ich hab schon wieder überlegt nehm ich jetzt brimstone mit oder nicht aber ich dachte mir dann wirklich äh ne ne lass es einfach mal wir hätten zwar wirklich mit brimstone hier durch unsere damage ups gut was an power dabei gehabt aber ja ne erinnert mich so ein bisschen an brimstone mit polyphemus als wir hier in the chest äh jeden einzelnen boss moment im prinzip instant down gemacht haben mit einem schuss komm teilt euch mal so ja 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 kusch oh oh musst du nur aufpassen dass die dinge hier nicht zu mir reinkommen dann ist es kein problem und nicht pennen ah oh kaputt naja da wäre es fast schon wieder soweit gewesen da hätte ich beinahe damage genommen das müsste hier eigentlich nicht sein Reaktion wie nevalium heute so so Trollbombe der Nagel ist fertig gleich mal hier benutzen boah nein ach ja du bist immer noch nicht tot nichts 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 so mitnehmen oh hallöchen ein Herzcontainer hätte man wirklich fast brimstone hier mitnehmen können so danke für meine bombe it lives ja wir sind wieder mal bei mom's heart oh geht doch oh weiter mom bearbeiten aber es fehlt uns doch noch so ein bisschen was um in der cathedral richtig aufräumen zu können so ein bisschen was fehlt uns da denke ich noch wäre vielleicht doch brimstone nicht mal so eine schlechte wahl gewesen aber naja im nachhinein ist man immer schlauer oh da hätte ich doch schon wieder beinahe zwei herzen verloren Augen ach schon wieder ihr oh da ist was au explosives dabei oh dankeschön aber so wirklich viel damage an mom haben wir noch nicht gemacht sag ich ja irgendetwas fehlt uns hier noch für der chest und gerade jetzt wo ich auch wieder ein bisschen mehr damage auch wieder nehmen das einzige was ich jetzt wirklich hoffe wenn wir hier bei mom fertig sind dass in der cathedral der weg zu isaac nicht allzu weit ist und ich werde mir auch meine nagel aufladung für isaac aufheben oh weiter geht's oh ne nicht die oh mal gleich drei auf einmal unbekannte da Gott der kampf dauert aber wirklich lange also Ist nicht gerade angenehm. Obwohl ich hier diesen Damage-Up-Mushroom hatte. Den Pakt hatte. Ja, ne. Oh, komm. Stirb. Stirb doch einfach. Dankeschön. Oh, ne. Nicht schon wieder. Na klar. Lauf doch von meiner Bombe weg. Warum auch nicht? Oh. Nummer 1. Nummer 2. Und den auch noch. Danke für's Longish. Das hilft mir immer so ein bisschen. Da haben wir heute gar keine Explosivkugeln. Doch, da sind sie. Ein bisschen aufpassen. Wenn es geht. Keinen Damage mehr nehmen, bitte. Muss jetzt in der Endphase nicht mehr unbedingt sein. So. Wir gehen natürlich wieder mal ins Licht. Und Isaac ist natürlich, äh, ja, ne. Wow. Und da ist ein blauer Stein. So, du bist tot. Und da ist ein blauer Stein. Ja, komm. Ja. Oh. So, mitnehmen. Auf alle Fälle. Nehme ich mit. Karte. Das Wheel of Fortune. Ne, ich nehme meine Tour of Hearts mit. So, dann einmal einen Raum überspringen. Wir haben schon wieder 99 Münzen. So, dann einmal hier durch. Die Bibliothek da oben ist mir jetzt eigentlich relativ egal. So, Doppel Loki. Wenn ich mich gut anstelle, dürfte ich hier eigentlich ohne Damage rausgehen. So, erstmal hier die Steine weggeräumt. Immer erst um einen Loki kümmern. Beste Taktik. Wow. Wow, die ist nie gegammelt hier in der Tür rum. Mal kurz um die kümmern, die ist lästig. Komm mal her, Loki. Ich habe was für dich. Ganz viele Tränen. Boah. Da dachte ich schon, da kriege ich noch eine mit. Dreimal gehängte Greed. Ja. Schön, schön bewegen hier. Judas, schön bewegen. Treffen sollte man sie halt auch anständig. Aber ich schieße hier schon wieder größtenteils auf die Fliegen. Oh. Jetzt du noch. Ah, eine Pille. Soll ich es riskieren, die Pille noch zu nehmen? Ach komm. Was soll der Geiz? Bad Trip. Klar. So, meinen Nagel aufheben. Ach ja. Wenigstens ein etwas angenehmerer Raum. So, was war das? Tiers down. Ach, scheiße. Ah, es geht noch. Es geht noch. Okay. Ab zu Isaac. Judas vs. Isaac. So. Nagel benutzen. Das mag mir schon wieder nicht gefallen. Aber gar nicht. Aber ich habe noch meine Tour of Hearts Karte. Oh. Au. Ja. So langsam, ne? Zweifle ich so ein bisschen dran, ob wir Isaac besiegen können. Beziehungsweise ob wir überhaupt in the chest noch weiterkommen. Au. Ja. Dann hätten wir die Phase. Au. Okay, ein Treffer noch. Ich glaube, das wird nix. Nein. Da ist er direkt vor mir gespawnt. Dieser Schreiheils. Und töte mich. Ach, schade. Die Items waren nicht mal schlecht. Ich habe zu viel mit dem Teufel gehandelt. Ach, schade. Ja, Leute. Aber wir haben trotzdem wieder einen Momcay auf unser Konto gutgeschrieben bekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge von The Binding of Isaac. Okay. Also. Ich habe dich. Und ich, jetzt. Wenn ich? Ich bin. Ich bin. Ach. Ich bin. Ich bin.